Ich glaube, ich bleib nochmal auf der Höhe, denn nächstes Mal trifft er sich vielleicht selber, wenn ich Glück habe. Okay, dann geht's jetzt ab. Die Treppen hoch. Ich probiere das mit meinem einfachen. Das mit meinem einfachen Sprung geht auch. Sehr schön. Oh, das klappt dann wiederum nicht. Und dann probiere es einfach von hier aus. Ja, und das klappt dann wieder. Ein Spaceball-Schläger. Dann bleib ich mal. Nein, 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 da ist unten auch noch einer. Ja, ist wahrscheinlich gerade dran. Hm, ja, der ist dran. Ja, der hat mich ein wenig getroffen. Was hab ich eigentlich vorhanden? Baseballschläger, Finger und Fallschirme. Na, klasse. Oh. Das bringt mich auch unbedingt weiter. So, okay. Dann kommen wir diesmal hoffentlich ein Stückchen weiter. Oh, mir fällt gerade auf dieses Muster, das ist recht hübsch. Auch wenn es Blätter darstellen soll, sieht es eher aus wie Drachenschuppen. Oder allgemein Tealingschuppen. Aber finde ich gar nicht so schlimm. Ein Inja sein will. Hm. Ich bleib außer Sichtweite. Hoffentlich zumindest mal. Und... The Villagers, ach ja. Jetzt hat er die Ebene über mir zerstört. Ähm. Nicht ganz so cool die Sache, aber... Was soll er machen? Ob er mich nicht kaputt macht. Ähm. Ach ne, ich bin ja auf der oberen Ebene. Hm. Okay. Wie schaffe ich es von da aus nach... Sekunde mal. Ich will noch einmal auf das Seil. Dann schaffe ich das von hier aus. Boah, ich bin fast zu weit geflogen. Also, von daher. Haha. Eine Feuerfaust. Hey. Baby, do you remember me? Noch einer von der Frau... Ja, ich hoffe mal, der benutzt wieder den Kamin als Schild. Oder ich kann den Kamin als... Nein 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 nein. Kacke, nein, unter mir ist nix. Da falle ich ins Wasser. Ach du, Schande. Bitte nicht. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt, glücklicherweise. Wo sind... Da ist schon wieder eine Kiste. Okay, dann muss ich jetzt gucken, wo mich da eigentlich in die blöde Kiste kommt. Nein! Autsch. Nicht so cool. Nicht so cool, aber ernsthaft, ich hab die Mission noch nie gefühlt. Ich glaub, hab ich nicht eine Feuerfaust? Eine Feuerfaust. Dann würde ich doch mal sagen, der hat sich eine Feuerfaust verdient. Ich verziehe mich hinterm Baum. Nein, er lebt noch. Hm, das ist nicht gut. Wo sind die Kisten überhaupt versteckt? Wir sind nicht aufgefasst. Hm. Ähm. Hm. So, jetzt versuche ich eben mit einem Typen hier alles fertig zu machen. Äh. Schaffe ich das mit einem Finger? Ich nehm einen Baseballschläger. Ja. Noch einen Baseballschläger gefunden. Das bedeutet, ich hab nur noch drei Feinde. Oh, was? Nein. Verdammt, was hat er vor? Ich hab nur noch... Ne. Zwei Feinde hab ich nur noch. Dangerous Dale und der, den ich gerade eben runtergeschossen hab. Wenn der jetzt hinzielen. Hm. Noch einmal die ganze Sache. Aber ich glaub, die Seile kriegt der irgendwie nicht kaputt. Hey, du, Lily, spielst den kleinen Kessler all. Ja, ja. Alles gut. Ähm. Die kommen schon bitte da rüber. Ich muss wahrscheinlich wieder hier über die Links klettern. Hey! Mal sehen. Mal sehen. Hm. Hm, hm. Da unten ist Dangerous Dale. Aber ich hab grad nichts, um ihn da runter zu jagen. Ähm. Darüber kommen... Ein Ninja-Seil vielleicht, aber... Erstmal... Wer ist denn jetzt dran? Dale ist Dale... Ähm, nee, geht auch um nicht. Dann bleib ich... Dann versteck ich mich hier. Hm. Dann kann Elle nämlich nichts machen. Hm. Okay, wo war denn jetzt... Ach, da oben? Shit, wie komm ich denn jetzt wieder da? Hm. Am besten gar nicht. Okay. Sehr schön. Jetzt gehen wir noch da rüber schossen. Kann ich nämlich... Na, hier rüber springen. Und eben mit dem Welsfallschläger direkt eins ins Gesicht hauen. Oh, oh. Oh, oh. Das... Wird knapp, wenn er mich... Oh, nein. Nein. Hm, hm. Das wird wieder eine Saie. Nein, ich bin tot. So, da sind wir dann wieder. Ähm, diesmal weiß ich ja, wo's ungefähr lang geht. Ja, das ist mir recht egal. Okay, was hatte ich denn nochmal hier bekommen? Zwei Balken. Äh, was stelle ich mir zwei Balken an? Naja, was soll's, da mach ich den mal groß. Bisschen absenken. Setz ihn da hin. Und warte. Nein, ich bin jetzt direkt in seinem Sichtfeld, oder? Hm. Glück gehabt, was der so blöd ist. Kiwi Key. Hm, hm. Interessanter Name. Tragen kann er mich eh nicht im Moment. Hat er mich getroffen? Äh, oder? Ähm. Ja, jetzt kommen wir erstmal hier... Ach, die... Hier kommen die zwei Finger. Also die zwei Schubsen. Der böse Finger. Hö, hö. Oh, ich hab ganz vergessen... Hab ich noch nicht... Oh, nein, 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 nein. Äh, Mist. Äh, hab ich ganz vergessen... Die übliche Warnung bei Spielen, bei denen Gewalt ist, ähm... Ja, bitte nicht zu Hause nachmachen. Das ist im wirklichen Leben gefährlicher, als es im Spiel aussieht. Ja. Der Schubser. Okay. Hey, diesmal laufe ich auf dem Teil und nicht in dem Ding. Das ist ja mal cool. So. Wow. Okay. Das war nochmal da oben drin. Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, einmal Baseballschläger, bitte. Damit krieg ich... Mindestens einmal weg. Hey. 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 Dann haben wir hier ein Ninja-Seil. Baby, do you remember me? Das warten wir einfach ab, weil... Ja. Deswegen eben. Gut. Ja, der kann gerade nicht so viel anstellen. Hey, er versucht, er versucht, mich abzuwerfen. Und kriegt's auch noch hin. Let's give him the blues. Boah, wenn ich den jetzt nicht in dem Baseballschl...